Du bist eine kleine Krake, ne? Klein und frech. Hier die super tollen Schleckpasten, ne? Da freue ich mich, ne? Ja, für mein altes Paulinchen ist das einfach super, ne? So, ich klau dir das, das ist so wichtig, dass Miezekatzen viel trinken und damit kriege ich die richtig zum Trinken, ne? Super. Ja, Kaustreifen. Später, Kinders. Später. Ihr habt genug gehabt, ne? Guck mal, sechs Eckstangen. Auch später. Super Kaustix. Später. Später. Oh, jetzt liegst du da so schön, ne? So, meine leckeren Sachen. Das ist schön zu Abendessen. Das ist ein supergesundes Essen. Lecker Fruchtweingummi. Nur für euch noch Rinderöhrchen. Du liegst auf meinem Sesam. Willst du unbedingt den Sesam haben? Dann räume ich das andere schon mal weg. Dinkelwaffelblätter. Die sehen richtig lecker aus. Mh, super. Alles Bio-Zeug für diese Frauchen. Ich liebe Bio-Zeugs. Ja, genau. Stella Klau direkt. Das Leckerli. Super. Und das schmeckt wirklich lecker, wenn man das so in Salat und Kartoffeln und sowas mit reintut. Also ich finde das super. Vor allem mit so leckeren Gewürzen. Kleiner Mann, ganz groß. Guck mal. Und leckere Sonnenblumenkerne. Alles sogar Bio. Also toll. Dankeschön. Ich weiß, dass das erheblich teurer ist als normale Sachen. Ich weiß, dass Bio viel mehr kostet. Dankeschön. Super. Ohne Gentechnik. Alles, ne? Das ist richtig gesund, Kinder. Das ist fein.